Scheiß Internet halte, Elias, ne? Wie tief soll das denn sein? LOL Elias, warum hast denn du keine Kopfhörer auf? Ich hab grad die Explosion gehört. Ich hab Kopfhörer auf und ich keine Explosion gehört. No, dann war's beim Leon. Nein, bei mir war's nicht. Ach doch, das war TNT, oder Leon? Nein, das war bei mir nicht. LOL, ich hab grad irgendwie eine Explosion gehört. Vielleicht war sie ja bei dir. Kann auch sein. Warte, wie viel Scheißviecher hier sind, Mann. Alter, zwei Creeper. Nein! Boah, fuck. Drei Creeper. So. Nein! Das ist vier tief. Nee, noch tiefer, auf jeden Fall noch tiefer. Es muss fast bis runter zum Boden. Komm mal her. Ja, ich komm gleich. Ich muss nur grad hier noch Beordnung sorgen. Scheiße, die Kiste zu holen. Fuck, Mann, das labert denn der. Leute? Ja? Warum hast du denn die Kiste draußen? Hat ihr ein Bett? Nee, ich hab noch kein Bett, aber wir können gerne pennen. Ich kann mal eins machen. Okay. Wie viel Wolle hast du? Ich hab acht, glaub ich. Oh, kannst du mir davon drei geben? Kann ich machen, ja. Bringst du sie mir mit? Ja. Ich leg mich nur kurz einmal kurz in mein Bett. Ich hab noch fünf über. Heißt, Elias, du musstest dir eine Wolle besorgen. Dann könnte ich dir auch. Seine? Ja. So, Leon, ich komme wieder. So. Wenn ich's finde. Okay, ich finde das. Nee, du, eigentlich kannst du die Wand da wegmachen. Das ist sinnlos. Welche Wand? Also das alles hier auch weg. Aber das muss, das muss ja eigentlich, das hier genau wie so eine Ecke aussehen. Wie abgeschnitten, verstehst du? Hast du noch TNT nicht, oder? Nee. Ich hab jetzt auch kein Gunpowder mitgenommen. Dann vielleicht hätte ich ja noch etwas, weiß ich jetzt nicht. Der arme Creeper. Reicht. Oder ich locken Creeper her, dann explodiert er auch. So tief. Ja, das muss bis, also muss echt tief runter. Und wir brauchen auch noch Slimes. Warum? Für Sticky Pistons. Meine Schrauben ist bald kaputt. Alter, das fällt die Kiste jetzt offen. Nicht rein, geht die Kiste zu. Und hier raus, geht die Kiste wieder auf. Warte, das war ganz kurz. Die Scheiß. Die Scheiß. Die Scheiß. Da ist schonmal. Da gibt es eine Schafe. Schafe gibt es in der Schneewelt Hab ich welche gesehen Musst du halt eine Schere Gehen wir auch eigentlich noch ein bisschen weiter auf Wenn Elias weg ist Weiß ich nicht Ja, ist irgendwie scheiße dann zu zweit Boah Elias kämpft gegen Den Monster Dann wollte ich eine Rolle holen Das ist doch enttief schon Wenn man bedenkt Dass wir Ja Machen wir es so Wie groß ist denn das Ding bitte Das kommt ja da hinten rein Mein Haus kommt ja dann hier hinten rein Da habe ich hier so eine coole oben Ne, eigentlich muss es schon noch die Weil ich würde oben noch so eine Glasfront haben Weißt du Jetzt habe ich keine Schaufel mehr Ich habe Eisen dabei, warte Aber hast du Holz Gehst du nach Hause leeren oder baust du es ab? Baust du es ab Okay Ja, scheiße Dann können wir jetzt auch kein Ding Dann bringen wir es ja mehr mit Damit wir ein bisschen clean Oh, ne, geh kurz Kohle holen Nochmal Alter, jetzt muss ich nochmal zurück Geh kurz Kohle holen Damit wir irgendein Cleanstorm brennen können Bisschen Essen nehme ich mir dann auch gerne mit Nein Hi, Elias Enderman Alter, Leeran Was denn? Ich habe jetzt die ganze Schlange bekommen Du klickst ihn einmal Na und? Ah, geil Da hinten sind Schafe Ja Was? Ingekommen Ich habe keine Enderpeerlinge So Boah, Alter, dieser Regennerv Ich mache den jetzt aus Ist mir egal Let's play Minecraft Together Season 2 Ach ja, Mann Jetzt bin ich lieber Ich mache mal zurück Bevor ich dann wieder Jan, hast du zufällig ein bisschen Sand? Nee Gerade nicht Okay Na, egal Ich habe hier keinen Land vor Das ist egal Ich bring hier gerade ein paar Kühe um Lacht es ja So So Ah, lecker. Ja. Warte. Kurz. Geil. Ähm, so. Ja, und wenn du, gehst du gerade nach Hause, nicht, oder? Nee, ich bin gerade noch am Kühlschlag. Und wenn du nach Hause gehst, kannst du dann ein bisschen Kohle mitnehmen für Cleanstone. Äh, das ist ein weiter Weg nach Hause. Nach dir. Wir bauen was, Elias. Was ist denn das? Wir bauen gerne mal... ...Rezeption, ja, wenn der Zocker der Zocker der Zocker der Causes Connection at Bord. Ich habe keine Ahnung, oder? Ich frage, ich bin ganz woanders. Beißen. Alter, wo bin ich denn jetzt? Äh? Ich such gerade... Ja, ich habe Kohle gefunden. Gut, dann nimm die mit. Ja. Oder nee, ich gehe doch nach Hause in den Kühlschlagkohle. Gut. Wenn du ganz vor Ort kannst...